heute kommt ein richtig geiles video auf euch zu wir waren mit fünf surrens unterwegs geile fahrszenen über drei stunden fahrt bei der wir hatten drei stunden fahrt noch ich zumindest noch 49 prozent akku also da wäre noch was gegangen aber kopf und hände waren einfach tot falls euch solche videos gefallen lasst mir absolut gerne ein abo da würde mich sehr freuen und dann bleibt mir nichts anderes möglich als zu sagen ab dafür und viel spaß was 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 Die Leistung ist ja so ausreichend. Du musst ja wirklich gar keinen Puls setzen, du musst nur Gas geben, gell? Ja. Also die 72 Volt, das ist ja genial. Das ist nur 60 Volt. 60? Aber ach so, dann mit mehr Reichweite oder wie? Ach so, hä? Und dann geht die so gut nach oben? Geht super dick. Wahnsinn. Und wie viel KW hat die? Die ist jetzt auf 12,12. 12 KW? Aber ich bin jetzt nur auf Stufe 4 oder 5 fahren. Aha. Und 9 habe ich. Und du brauchst gar nicht diese 72 Volt, um mehr Leistung abrufen zu können? Ach so, das ist ja interessant. Kommt auch an wie lang halt. Ja, ja. Cool. Krass. 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 � Was ist das? Ojojojoj Ojojoj Okay. Ah, knapp. Okay. Ah, jo. Sehr weit nach vorne. Stehen. Ja! Alter! Oh! Oh! Ah! Ja, man wird auf jeden Fall immer besser und besser. Klar, umso öfter man das macht, gibt ja auch Sinn. Aber man traut sich auch. Am Anfang noch weniger. Und das wird dann auch immer besser und besser. Echt geil. Langsam wird's. Ja? Ja? Ja, ich kann die Kurve fahren und dann rechts halten. Aber ich steig oben ab und steig mit dem Hang auf. Oh! Das ist gar nicht so schlecht. Oh, ich kann... soll ich Gas geben? Daniel, oder? Oh! Oh! Ich rutsch so weg! Alter! Oh! Alter! Das ist ja brutal! Ich kann jetzt gar nicht kein Gas mehr geben grad. Danke Nein, nein, aber wegen meinem Lenker Scheiße, ja klar Alter, ich habe den voll fest angezogen Das kenne ich Oh Mann Aber geht ab, ne? Ja Scheiße Ja, keine Ahnung, ich habe den so fest angezogen, ich weiß auch nicht wie Ich dachte halt nicht, dass die Schraube irgendwann durch Nein, wir sollten die hinten Wir sollten die hinten Ach nee, da müssen wir lösen Scheiße Alles okay Alles okay Jetzt habe ich es oben Alter, ich bin glaube ich komplett Scheiße Scheiße Fuck Der will da hoch? Ja, aber du kannst nicht weiter cousse Aha Whoc OK 4 5 5 6 7 6 1 7 Untertitelung des ZDF, 2020